Mein Arsenal an Formatverlagen ist jetzt ziemlich beschränkt. Über die Optionen kannst du dir noch weitere einblenden lassen, wenn du statt im aktuellen Dokument zum Beispiel alle Formatverlagen auswählst und bestätigst, so siehst du alle Formatverlagen, die in Word definiert sind. Aber das wird sehr, sehr unübersichtlich. Mit dieser Liste arbeite ich weniger gerne. Das setze ich wieder zurück. Übrigens hättest du auch noch die Möglichkeit, nur die verwendeten anzuzeigen. Ich wechsle aber wieder zu im aktuellen Dokument. Und ich zeige dir jetzt, wie du auch noch weitere selber definieren kannst. Nehmen wir an, diese Liste da, die wollen wir einheitlich formatieren. Da wurden die Listenpunkte manuell gemacht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Da lassen wir lieber eine Liste von Word erstellen. Ich überfahre diese vier Punkte und wähle hier die Liste aus. Über die Optionen kann ich noch ein anderes Aufzählungszeichen wählen. Ich gehe hier in die weiteren Optionen und wähle ein spezielles Symbol. Und zwar von der Windings. Hier hat es hübsche Pfeile. Ich nehme mal diesen hier. Leider macht es mir die Einrückung zunichte. Ich bestätige mal mit OK und da korrigiere ich noch etwas. Ich fahre mit diesem Einzug zurück und setze den Erstzeilen-Einzug auf 0. Das könntest du, da magst du dich sicher erinnern, auch noch über die Absatzeinstellungen ganz präzise mit numerischen Angaben arbeiten. Nun, das soll meine Standardvorlage für Aufzählungslisten sein. Deshalb wähle ich jetzt bei den Formatvorlagen über dieses Symbol Neue Formatvorlage. Gebe einen aussagekräftigen Namen ein. Zum Beispiel Pfeilliste. Hier könnte ich auch noch Änderungen vornehmen. Bestätige mit OK. Und jetzt ist diese Formatvorlage in meiner Liste drin. Ganz am Schluss hat es noch mal so eine Aufzählung. Auch hier wieder müssen wir diese Punkte entfernen. Und stattdessen wählen wir nun diese neu erstellte Formatvorlage. Und sogleich ist es einheitlich gestaltet. Wenn irgendetwas nicht stimmt, wenn dich etwas stört, so kannst du jederzeit diese Liste ändern. Indem du sie an einem Ort änderst, nehmen wir an, ich mache hier den Abstand etwas grösser und über dieses Symbol hier Pfeilliste aktualisieren, wird es konsequent in der ganzen Datei angepasst. Und jetzt ist es ein paar Mal.